Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Samstagabend mit euch, mit mir und mit Twitch und natürlich mit Risen. Ja, euch fällt wahrscheinlich schon auf, die Kamera haut nicht hin, dafür sind die Bilder etwas schärfer. Ja, Erklärung gibt es jetzt natürlich sofortigst. Also, warum kann ich auf einmal auf 720p streamen? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Ich habe einen passenden Guide gefunden, der mir erklärt hat, wie man das macht. Die Guides, die ich bisher gesehen habe und an denen ich mich eisernst gehalten habe, haben nicht das geliefert und gebracht, was ich mir erhofft und erwünscht hatte. Und ihr wisst ja, seit der ersten Risen-Twitch-Folge ärgere ich mich grün und blau, weshalb ich nicht wenigstens 720p streamen kann. Und weil ich mich so geärgert habe, habe ich mich nochmal schlau gemacht und habe tatsächlich ein YouTube-Video gefunden vom Der Inder. Ja, der nennt sich so, sein Kanal heißt so, Der Inder wird zusammengeschrieben. Das weiche D, das erste und das I werden groß geschrieben. Falls ihr auch mal twitchen wollt habt und euch nicht so gut damit auskennt, könnt ihr euch da gerne bei ihm schlau machen. Ein ganz lieber Kerl, wirklich. Und vor allem funktioniert es, was er da geschrieben hat, äh, geschrieben, genau, gesagt hat und gezeigt hat. Ja, jetzt bin ich in der Lage, 720p zu streamen. Yeah, für Twitch reicht es, für die lieben YouTube-Leute ein herzliches Hallöchen auch an dieser Stelle. Für die YouTube-Leute wird es nach wie vor nicht ganz so gestochen scharf sein, ähm, da es eben nur 720p ist. Und es ist mir leider aufgrund des Internets, das mir zur Verfügung steht, nicht möglich auf 1080p hoch zu streamen. Ähm, aber immerhin ist es ja schon mal ein HD. Das ist ja schon mal was, ne? So, dann zur Kamera. Ich weiß nicht, warum sie heute nicht will. Bei mir leuchtet sie gerade blau. Also sie ist eingeschalten. Mir ist auch, äh, gesagt worden vom Programm, ja, die Kamera wurde erkannt, es funktioniert, aber es ist kein Bild da. Das Lustige ist, als ich am Dienstag eben kleine Twitch-Probe, äh, ja, Minütchen auf mich genommen habe, hat die Kamera prima funktioniert, hat alles super hingehauen. Egal, ob ich mit 720p probiert habe oder mit 1080p, ähm, was da natürlich geleckt hat wie Sau. Darum bleibe ich bei 720p. Ähm, jo, äh, keine Ahnung. Sie zickt, sie spinnt. Vielleicht hat sie die Tage. Ich habe keine Ahnung. Will halt nicht. Typisch Frau halt, ne? Die Kamera weiblich, ne? Also somit, ihr wisst ja Bescheid. Gut. Hat sie heute halt mal einen schlechten Tag. Ich habe die Kamera trotzdem laufen. Für den Fall der Fälle, dass sie sich dann doch irgendwie mal entscheidet, ein Bild von mir zu übertragen. Ich habe mich heute auch extra fein gemacht für euch. Äh, ja, ähm, ja, ist halt so. Na gut. Das mal zu meinen technischen, ähm, Verbesserungen, beziehungsweise Verschlechterungen. Es hält sich ja immer noch die Waage, sozusagen, kaum läuft mal was gut, läuft was anderes schlecht. Ist ja echt der Hammer. Ist echt der Hammer. Na gut, da muss eben meine engelsgleiche Stimme das fehlende Bild wettmachen und den Skill, den ich heute auspacken werde. Vielleicht. Na gut. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind in der Vulkanfestung. Ja. Von den Magiern, von den Novizen sind nur noch eine Handvoll übrig. Der Rest wurde niedergemetzelt. Von keinem geringeren als diesen ekelhaften Echsenmenschen. Jo. Und, ähm, wir befinden uns hier jetzt gerade in einer kleinen Bibliothek, die einen verborgenen Gang zu einer größeren Bibliothek hat. Und von dort sollen wir einem an einem gewissen Magier ein paar Sachen bringen. Ja, warum einfach, wenn es noch kompliziert geht? Denn der Trottel hat, soweit ich mich richtig erinnere, hat die andere Tür irgendwie versperrt oder ist von innen zugefallen. Keine Ahnung, man kommt da nicht mehr rein. Also müssen wir eben wieder mal über Umwege, Himmelsseiten, über Umwege das Ganze hier schaffen. Alter, du kannst mir jetzt so erschrecken, ey. Schau, ich nicht wein, hat in die falsche Richtung. Du Mistkerl. Ja. Jo. Aber wenigstens, äh, Ton und Dings funktioniert das schon mal und das Bild ist hübsch. Also wie gesagt, könnt ihr euch heute mal entspannen. Müsstest meine, Müsstest meine Hackfresse nicht ertragen. Ah, ja. Schlimm ist das. So, wo geht's hier raus? Aha. Schlösser knacken. Ja, natürlich. Ich fang schon wieder voll falsch an. Ja, natürlich. Aber jetzt auch. Was ist denn das? Was bist denn du? Ein Kristall? Ein grüner? Mysteriös. Und ein Büchelein. Vielleicht kriegen wir wieder Wissen dazu. Ja. Wissen plus drei. Äh, schwache magische Heilung, den nehmen wir gerne mit. Was haben wir hier? Von magischen Spruch rollen verstehe ich nichts. Ein Schreiberpult. Okay. Äh, ein Schlüssel, den nehmen wir auch gerne mit, der ist sicher für irgendwas gut. So. Ist hier ansonsten schaltermäßig, ist da irgendwas? Ringeleins gibt's hier, aber sonst nix. Na, passt. Habe ich sonst irgendwas vergessen zu sagen? Ach ja, richtig. Ähm, noch eine Entschuldigung wäre noch fällig, weil vorigen Samstag kein Twitch-Abend stattgefunden hat, ganz spontan. Wieder einmal das Real Life, das berühmte, fiese, miese Real Life hat mich da wieder mal meines geliebten Twitch-Abends beraubt und, wow, schau ich das an. Alter, Alter, ich werde gar sterben, wenn es weitergeht. Willst du die Waffe ziehen, du Depp? Ist ja nicht zu glauben. Was grummelst du denn da rum? So. Boah, der war schön. Alter, alter. Ja, sicher. Tja, und sonst geht's dir gut, du sauf ich. Schau, wup, 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 wup. Level aufgestiegt. Supi. Ich muss schon was trinken. Eindeutig und definitiv. Also runter damit. So. Gut. Also wie gesagt, das Real Life hat mich da wieder dazwischen gepfuscht und gefunkt und, ja, dafür möchte ich heute versuchen, sofern ich und wir kräftemäßig beieinander sind, möchte ich gerne probieren, ähm, Überstunden zu machen. Wah, ich hasse Überstunden. Ja, also ich versuch's mal. Ich setz, ich will's gerne mal bis eins probieren. Das sind sechs Stunden insgesamt. Wah. Dann haben wir nämlich, ähm, die zwei, falsch, die drei Stunden von letzter Woche. Ja, sicher, kommst du zu zweit? Ich muss da weg. Au, ich muss da weg. Da rein, da ist gut. Da. Äh, dann haben wir nämlich die drei Stunden von letzter Woche wieder ein, eingearbeitet. Ja. Au. Au. So, ah, sicher. Da, nix getroffen. So, wie es sich gehört. So, als erstes Mal hin. Gott sei Dank. Na, gemein, du Zipfelklatscher. Da. Baum, 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 baum. Und für den Fall der Fälle, dass ihr euch, äh, fragt, äh, wie das mit der Kamera sein kann. Ich hab heute wirklich alles probiert. Wolfis Zeuge. Mein lieber Wolfi. Ich hab sogar am PC zweimal neu gestartet. Ähm, und alles Mögliche probiert, um das hinzubekommen. Aber es will nicht. Es will nicht. Und bevor ich da jetzt noch sinnlos eine ganze Stunde herumprobiere, hab ich mir gedacht, scheiß der Hund drauf heute mal. Ja, ist heute mal ein Kamera, ein ohne Kamera Special. So, sagen wir so. Sagen wir so. Bezeichnen wir das so. Ja. Baum, baum. Da unten ist wieder so ein Kradler. Ich sollte mal speichern. Das lief schon wieder so gut, dass es speicherungswürdig ist. Mhm. So. Hoffentlich vergesse ich jetzt nicht, äh, wenigstens übungshalber in die Kamera zu schauen. Servus. Zack. Ja, ja, sicher. Alter, du Sau. Das ist keine Sau. Das ist eine Echse. Stimmt. Da hast du recht. So. Zack. Ja, ja, ist schon gut. Schnucki. Bam. Hallo. Bist du jetzt fertig? Au. Du Eindringling. Ja. So. Ja. Schau. Der war war nicht schlecht. Der war echt nicht schlecht. Boah. Ich freue mich schon, wenn wir die Zweihandwaffe besser aus, äh, also noch mehr lernt, noch weiter lernen können. Über Telekinese. Telekinese. Die Kraft der Gedanken bewegt Materie. Um Gegenstände aus großer Entfernung zum Magier hin zu bewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Ja, das haben wir letztes Mal, also das haben wir schon ein paar Mal rausgefunden. Kristallkugel der Telekinese. Mal schauen. Oh. Hi. Da war es nämlich keine Spruchrolle. Ist das ein Loch für einen Nautilus? Yep. Ein Schalter. Schaut da oben. Oh. Karababababu. Für einen Nautilus? Nautilus, haben wir da ein Schalldielein? Hoppala. Ach so. Aha, ich verstehe schon. Da sind wir wieder. Okay. Ja, ja, der Krummutsch will irgendwas. Ne Nautilus, jetzt ist die Frage, ob wir nicht zuerst noch da unten runden schauen tun. Hallo, Kradler. Kradler? Gott, er kommt. Er kommt. Oder ist es eine Sie? Das weiß man gar nicht so genau. Huch. Eindringling. So. Da. Mua. Wie ist eigentlich die weibliche Form von Eindringling? Eingeführt? Mua. Boah, der war schief. Hallo. Mach mal auf da. Mua, da wohnt ja wer. Hallo. Dem haben wir jetzt gerade was an der Mittagspause gestört. Komm her, du Schnucki. Und zack. Boah, fast hin. Mua. Jawohl. Erfahrung. Plus 500 haben wir die schon. Tatsächlich. Alle Eindringlinge sind weg. Mua. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ja. Wir sind hier aber nach wie vor nicht fertig und ich brauche Licht. Hallo. Da unten ist ein Loch. Das ist aber nie gut, wenn da unten ein Loch ist, oder? Hau ist da jemand drin? Na, da war ich noch nicht. Was haben wir denn hier? Ein Alchemie-Tisch. Das wäre auch nicht so verkehrt, wenn wir hier noch was brauen würden. Vielleicht. Vielleicht geht's ja. Vielleicht können wir noch was machen. Tatsächlich. Den großen Heildrang 23. Ja, das sage ich nicht. Nein. Ah, warte. Da sage ich gerade nein. Was brauchen wir dafür? Fläschchen, Heilwurzel, Wein. Das ist okay. Was ist mit dir? Lebensenergie. Stärke plus. Lebensenergie plus 10. Das wäre aber auch eine feine Geschichte. Was brauchen wir dafür? Heldenkrone. Da auch. Schüsch. Lassen wir uns für den Schluss aufheben. Denke ich mal. Fläschchen, Pilz und Wein. Weil ich möchte die Stärke plus 5, um ehrlich zu sein, erst dann brauen und einsetzen, wenn wir dann schon 10 oder 15 Punkte, ich glaube 15 Punkte gibt es auch, brauchen, um ein Level, also um 5 Stärke zu bekommen. Also 15. Erfahrungs-Punkte gegen 5 Stärke-Punkte. So. Dann möchte ich, wenn wir so weit sind, möchte ich gerne den Trank brauen. Das heißt, wir können eigentlich großen Heiltrank machen, alle 23, da passiert nichts, also mach. Mach hinne. So. Mein Auge juckt. Bei der Gelegenheit, während der da gerade braut, Bröstelchen, ihr Lieben. Sieht gut aus. Ah, köstlicher selbstgemachter Holunderblüten-Saft. Also das hätten wir mal. Jetzt sind wir wieder einigermaßen gestärkt, würde ich mal sagen. Da fällt mir gerade ein, wie viel hätten wir denn von dem Gravel? 25. 25. Gut, das war nicht sehr ergebig. Ich würde auch den Kleinen schon mal rausziehen. Ja, mal ein Schlückchen davon trinken. Okay. Levitation. Mhm. Ah ja, natürlich. Mir fällt schon wieder ein. Ja, ja, das brauchen wir auch. La, la, la. Wo war jetzt das zum Durch? Da war das Durch, ne? La, la, la. Weil wir müssen nämlich auf die andere Seite. Mua. So, ja. Wie ein Profi. Meine Lieben. Wie ein Profi. So, was haben wir da? Verwandlung in eine Nautilus. Ah. Ein Tier, das durch die kleinsten Öffnungen passt. Jo. Aha. Die dank ihres runden Panzers schnell rollen kann. Sowas. Der Magie kann auch die Verwandlung vorzeitig beenden. So, so. Ja, das wissen wir. Rollen? Das habe ich vergessen. Eine Truhe. Was haben wir denn da? Äh, ein Knochen. Selbstverständlich. Ein Ersatzknochen kann man immer brauchen. Ein kleiner Heiltrank und zwölf Goldmünzen. Bill mag er das Ganze, aber naja. Verwandelung. Achso, jetzt wandle ich mich gleich, oder? Oh, äh, ups. Aber ich glaube, da war eh nichts mehr. Die kann... Wie rollt denn die? Ah, jetzt sind wir da. Okay, jetzt sind wir wieder da. Alles gleiche. Dann würde ich sagen, Zurückverwandelung. Da ist noch eine Truhe. Habe ich die schon geöffnet? Nö, ne? Na, luken. Ja, natürlich. Noch mal von vorne. Schau, jetzt tut die mich schälen. Aber jetzt auch. Noa. So, und zwar. Magische, schwache magische Heilung, Eile und Lichtzauber. Drei Schriftrollen für uns. Telekinese schon wieder. Den Schalter hatten wir doch schon, oder? Ja, ja. Jetzt sind wir eigentlich nur im Kreis herum. Warte mal, aber irgendwas... Irgendwas fehlt. Ich muss noch mal da runter. Ich brauche schon wieder die... Soll ich mal Fackeln nehmen, oder mal Licht? Ich habe noch mal fünf Fackeln. Nehmen wir doch mal einen Lichtzauber. Äh, da. Es wäre der Licht. Ja, da leckt schon wieder. Es wird nämlich gespeichert. Jawohl, gespeichert. Hier steht etwas ohne Magie. Jo. Immer her mit der Weisheit. Ich kann sowieso viel davon brauchen. Ein Bücheständerchen. Jawohl. Weisheit, Weisheit, Weißweisheit. La, la, la. Jo. Sprüche weich. Äh, weiß. Äh, wie? Ja. Noch mehr Weisheit. Ah, Barriere. Eine Barriere. Und was haben wir schon gegen die Barriere? Ein Sprüchelein. Ein Zaubersprüchelein. So. Da haben wir auch noch zwei. Den nehmen wir auch mit. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Jo. Und da haben wir auch noch was. Hm. Interessant. Passt. Passt. Supi. Ah. BC. Zinta ist da ein Schal... Oh oh. Ich glaube, das war gerade nicht schlau, oder? Äh, hallo Skeleton. Skeletti. Jawohl. Boah, der war schön. Boom. Sauber. Da bin ich ja selber glatt begeistert. Speichern. Richtig. Danke fürs Erinnern. Speichern. So. Und rein da. Nicht, dass wir hier noch eine Falle erlegen. Was mir nie passiert. Niemals nicht. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Yeah. So. Drüchen, öffne dich. Ah, natürlich, was wir da. Mal von vorne. Ja. Na toll. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Diesmal einfach die Truhe. Äh, Goldmünzen, kleiner Mana-Trank, Magie-Kristall, Delikinese als Schriftrolle, zwei Tiedriche und ne Fackel. Da fackeln wir nicht lange rum. Die nehmen wir mit. So. Bist du... Warte. Hä? Achso. Da ist auch... Na, das war schon aktiviert, ne? Das war schon für den. Und bei dir da? Du bist nix. Okay. So. Lieber mal die Waffe entzücken. Okay, lieber doch nicht. Das ist unmöglich. Was? Darf ich nicht rein? Schweinerei. Äh, trotzdem durch nochmal speichern. Ja. Und dann haben wir hier... Pass auf. Das müsste funktionieren. Wir haben hier... Magische Barriere zerstören. Ah, da mussten wir mit dem Siegel, Heini, reden, ne? Oder hat er uns jetzt Schriftrollen gegeben? Irgendwann müsste man noch Schriftrollen haben, oder? Warte, warte. Warte. Feld zerstören. Ist es das? Hurra! Es hat hingehauen. Hallo! Krattler. Eins, zwei, drei. Keine Krattler. Das ist ja immer überraschend. Aber dafür kein Licht. Ach, immer dieses Licht. So. Bitte erleuchte mich. Danke. Was haben wir da? Was haben wir da? Eine Trühe. Eine Trühe. Und die ist nicht verschlossen. Rezeptur. Vor allem die Reisenden sammeln Erfahrung in allen Lebenslagen. Gehe mit folgenden Zutaten zum Alchemie-Tisch. Fläschchen haben wir keine mehr. Reiselust. Wasser benötigt Alchemie. Ja, geil. Da kriegen wir mehr Erfahrung. Oh, oh, oh. Illusion erschaffen. Knochen war übrigens da. Drei Liter Wasser haben wir hier. Und 24 Goldmünzen. Jawohl. Ein Buchständer. Weisheit Plus. Perfekt. Perfekt. Wir werden ja ganz ein schlauer. Wir werden ein ganz ein schlauer Held, sage ich euch. Das war's. Mehr nicht? So verschlossen und dann sollte er nichts mehr sein? Sicher? Das glaube ich nicht so ganz. Da sehe ich ja irgendwo was. Noch schalterbedingt, ha? Gibt es hier Schalter? Alter Schalter? Nicht, der mein alter Schalter ist da. Verstehst? Gar nichts. Dann wird das schon so passen. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück zu die Magier. Da haben wir jetzt eigentlich das gefunden, was der eine wollte. Das ist unmöglich. Die Tür ist verschlossen. Warte, ging da nicht irgendwas mit einer Nautilus? Oh, ich weiß schon wieder. Oh, ich weiß schon wieder. Das Loch da oben. Ich weiß schon wieder. Da müssen wir runterfallen. Da. Oh je, Madonna. Ich weiß schon wieder. Mein Erinnern mich ist wieder da. Mei, wie schön. Ich habe den schon vermisst. Wah. Freund oder Feind? Niemand da. Das ist schön. So. La, li, la. La, li, la. Steht da drüben jemand? Na, schaut nur komisch aus. Ein Bücherständerleins. Jawohl. Jawohl. Eine Truhe. Weil ich denke, mir da drüben steht, wer da bis jetzt nicht ist. Na, Tor. Natürlich. Abgebrochen. Super. Jetzt aber. Wer sagt's denn? Schwedernknochen, ein Fläschchen, zwei kleine Heiltränke und ein paar Goldmünzen. Yeah. So. Freund oder Feind? Weil ist noch niemand böse? Ein Buch. Ob es sich dabei um das Buch, um eines der Bücher handelt oder so, was der eine Kerl haben wollte. Kristallkugel des Öffnens. Das Licht, Alter. Mit dem Willen des Magiers lässt sich jedes Schluch öffnen. Mäustchen. Nur mechanische Schlösser, egal wie kompliziert sie sind. Mhm. Aha. Kristallkugel des Öffnens. Gut, Rewusch. Sesam ist offen. Wir tun speichern. Ja. Und fortsetzen. So. Ah, das... Aha. Da sind wir wieder draußen. Gut. Ich glaube, das dürfte dann tatsächlich das Buch gewesen sein, dass der eine haben wollte. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, Alter. Da nochmal runterhatschen, wäre echt übel. So. Ein Stock finster ist es hier auch. Mal kurz am Augen... Am Augreiben. Aha. Da will der Sandmännchen schon Hallo sagen. Da muss er aber noch warten. Ich will nicht ins Bett. Aber ich glaube, ich hoffe, wir haben nichts vergessen oder übersehen. Ich werde es hier herausfinden. Ich werde es fix herausfinden. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Haben wir das in den Buchständer schon? Oder habe ich den übersehen? Na, aber brav gemacht. Brav. Brav gemacht alles. Gut, dann können wir uns hier wieder schleichen. Zumindest mal fürs Erste. Der Kristall ist echt was Komisches. Naja. So. Gehen wir wieder rauf hier. So. 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 Ja. Automatisch speichern. Sehr brav. Wer von euch wollte denn noch schnell die Bücher haben? Du oder du? Iluma? Ah, da. Ich habe die Bücher über Spruchrollen gelesen. Ich habe die Bücher über Spruchrollen gelesen. Gut. Dann weißt du jetzt, worum es hier geht. Wir schreiben Spruchrollen. Mit denen jeder, sogar du, Zauber werden kann. Ich habe eine Rune gefunden. Ich habe eine Rune gefunden. Dann zeig doch mal her. Mhm. Ah. Eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Ich kann nichts damit anfangen. Nun, ich kann dir einige Spruchrollen davon anfertigen. Bitte. Ich werde selbst Spruchrollen herstellen. Kann ich ja gar nicht. Mach du mir welche, bitte. Mach du mir die Spruchrollen. Dann wollen wir mal. Dauert einen Augenblick. Ich bin faul. Das soll nur schön schreiben. Da kriegst du nur Blasen an den Händen. Gut. Hier sind die Spruchrollen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Dankeschön. Ich will es selbst herstellen. Ich werde selbst Spruchrollen herstellen. Wie du willst. Hier, nimm deine Rune. Du wirst sie brauchen. Kann ich denn überhaupt wieder? Nicht an. Ich muss nachdenken. Das geht. Aber ich habe jetzt keinen Blödsinn gemacht. Ich wollte das nur mal ausprobieren. Ja? Was gibt's? Wie kann ich denn selber welche herstellen? Ich weiß das ja nicht einmal. Ich habe dir was mitgebracht. Ich habe dir was mitgebracht. Meine Aufzeichnung. Noi. Und die Vorräte. Ich werde mich sofort wieder an mein Experiment setzen. Was ist mit dir? Du kannst doch bestimmt ein paar Tränke gebrauchen. Immer. Her damit. Übrigens, die Eindringlinge machen keinen Ärger mehr. Die Eindringlinge machen keinen Ärger mehr. Das sind gute Nachrichten. Dann werde ich mich jetzt wieder meinem Experiment trinken. Ja, bitte. Ich brauche Tränke. Ich brauche Tränke. Immer her damit. Wir haben 5000 Wein. Wäre auf jeden Fall gut. Da kaufen wir schon mal zu. Fläschchen. Da kann ich mir auch gleich alle geben. Und ja, die großen Heiltränke und die normalen. Wie viel würden das jetzt kosten? Ach du Heilige. Du kannst dafür Echsen-Schwerte haben. Die kannst du mal da. Dann, was können wir noch entbehren? Richtstab. Kann er gleich alle haben. So, das brauchen wir sowieso noch die Sicherung. Was haben wir da? Novizen stecken. Kann er auch alle 15 haben. Ähm, 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 die Armbrust werde ich noch behalten. Die rostigen Schwerter kann er haben. Jagdmesser, Schwert, Schworfes Schwert. Ach, Schworfes Schwert. Das kann er hoch. Na, kann er nicht haben. Das ist meins. Das haben wir geschmiedet. Das behalte ich noch für den Fall, dass wir, äh, gegen Wildtiere kämpfen. Bronkos Schwert. Schau mal, Schwertkampf plus eins. Das ist aber besser als unser eigenes. Das ist ja aber schon frech, oder? Also, ich find's frech. Naja. Wir können das Titanenschwert, will ich auch noch behalten. Den rostigen Zwarhento können wir eigentlich hergeben. Das Runenschwert. Lass ich vielleicht auch mal. Das scharfe Bastardschwert nehmen wir ihm weg. Äh, mir weg. So. Schild, würde ich sagen, das ist gut. Das ist nicht so gut. Das können wir auch hergeben. Ähm, da haben wir Amulett. Da kann er auch eins haben. Da haben wir eh zwei. Da unten Ring. Maximales Mana plus zehn. Lass ich vielleicht mal. Vielleicht brauchen wir sowas noch. Ich glaub's zwar nicht, aber naja. Ähm. 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 Schaufel, Pfanne, Besen kann er sowieso haben. Die Säge, Messer kann er auch welche haben. Mistgabeln auch. Was hält man noch im Angebot? Diese Teller, Schüsseln. Oh, die brauch ich noch. Die Pokale. Die alte Münze will ich noch behalten. Vielleicht mag die ja eh bei haben. Aber immerhin haben wir einen Tausender schon rausgeschlagen, ne? Haben wir hier magiemäßig irgendein Klumpert. Schlösser knacken, die mit den Sachen können wir gar nix anfangen. Das hauen wir mal weg. Das kann er getrost haben. Mit dem kann man echt nix anfangen. Das, mit dem können wir super Geld verdienen. Dann sind wir auch schon fertig. Benötigt magisches Geschoss. Feuerball. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich da mit der magischen Barriere da keinen Schmarrn gemacht habe. Wahrscheinlich doch. Was haben wir hier noch? Ah, das ist nur gerümpelt, ne? Da haben wir eh schon durchgeschaut, eigentlich. Oh. Achso, die. Ja, genau. Ja, das haben wir hier noch Schönes. Ähm. Die Steinplatten werde ich jetzt mal lernen. Ja, das kriegst du eigentlich. Oh. Werden wir so handeln. Bitte. Ja. Haben wir immer noch genügend. Goldmünzen. Gut. Beenden. Ich danke dir. Äh. Und du, Handel? Was hast du? Hast du noch irgendwas Gescheites für uns? Amulett. Maximale Lebensenergie plus 20. Was ist denn das? Amulett der heiligen Flamme. Wow. Das ist ja gut. Du, die will ich haben. Was haben wir eigentlich um, also an, amulettmäßig? Ho, ho, ho. Bitte. Da kaufen wir die sofort. 700 haben wir noch. Die Firma tankt, mein Freund. Können wir hier sonst Spruch rollen? Hast du nicht viel, ne? Goldbrocken, ja, die kannst du eigentlich behalten. Äh, danke. Beenden. Äh, für die. So. Ähm. Ich kleide das gleich mal an, dieses neue Amulettchen. Wo ist es denn? Wo bist du denn? Da. So kann ich meine Waffe nicht mehr tragen. Ach so, ich brauche Stärke. Oh. Ach, da war Stärke dabei. Okay. Ähm. Entschuldigung. So. Da müssen wir die später anziehen. Da müssen wir vorher noch ein bisschen Stärke lernen tun. Da kommt mir gerade die Frage, wie viel haben wir? 85 Lernpunkte. Ja, da ging es was. Da wird was gehen. Da können wir echt was machen. Ja, Mann. Echt, ey. Und du? Alles okay. Und das ist mit du? Ignatius. Die Festung ist sicher, stell dir vor. Die Festung ist sicher. Mendoza hat einen Krieg begonnen, der nicht mehr aufzuhalten ist. Die Echsen in der Festung waren nur der Anfang. Sie werden über die ganze Insel herfallen. Wie können wir den Krieg gewinnen? Wie können wir den Krieg gewinnen? Gewinnen? Hier gibt es nichts zu gewinnen. Unsere Brüder sind tot. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Flamme zu schützen. Du musst dich um Mendoza kümmern. Ja. Was genau meinst du mit? Meine Hoffnungen ruhen jetzt auf dir. Mendoza muss beenden, was er begonnen hat. Ich will, dass du an seiner Seite bist. Aber folge ihm nicht blind. Benutze deinen Verstand und triff deine Entscheidungen weise. Ja, aber der ist ja schon beim Titanic. Kommt er nicht mehr hin? Na, da kommt nichts mehr. Mist. Gut, dann würde ich sagen, wir sind hier mal fürs Erste fertig. Jetzt könnten wir eigentlich zu unserem Lieben... Ich hab wieder mal erfolgreich vergessen, wo die Missionstasten sind. So, ja. Wir können ja mal wieder zum Esteban-Typen vorbeischauen, also zum Don. Über den Vulkan-Tempel. Ah, die Burgherne, da fehlen mir auch noch zwei, ne? Aber ich glaub, da komm ich dann früher oder später sowieso hin. Ich hoff's halt. Ich hoff's halt wirklich. Teleportsteine fehlen mir auch noch ein paar. Das ist aber auch kein Problem. Wir müssen so nochmal die ganze Insel abrennen. Also wenn uns die vier oder sowas noch fehlen, werden wir dann schon finden. Ähm. Berichte dem Druiden über den Tempel. Wo fang man an? Zuerst Druide. Ich würde sagen Druide, ha? Halt. Druide. Druide. Das heißt... Oh, das war jetzt östlich, ne? Südöstlich. Südöstlich? Ich glaub südöstlich war's, ne? Osttempel. Ostküste. Ostküste. Überrasch da mal. Ich glaub ungefähr dürfte es stimmen. Schau mal. Und wo sind wir da? Ja. Bingo. Bingo. Das arme Hündchen hat's nicht geschafft, der ist gestorben da. Das ist so traurig. Der arme Wolf. War so ein liebes Wölfchen. Wirklich. Und dann nippelt er einfach ab. So. Dann gehen wir mal einen Druidenbericht erstatten. Dann müssen wir zum Donnenbericht erstatten. Dann hoffe ich mal, ähm, Zweckshafen und so, dass er dann endlich mal dorthin zieht und dass er uns eine neue Rüstung schenkt. Oder zumindest uns eine kaufen lässt. Wahrscheinlich hab ich nicht mal das nötige Geld dazu. Ja, weil ich gerade etwas, äh, verschwenderisch war. Eventuell. Servus, äh, Edric. Da bist du ja wieder. Was hast du mir zu berichten? Also, pass auf. Der Inquisitor will die Insel vernichten. Der Inquisitor will die Insel vernichten. Nun, seine Ziele sind nicht leicht zu verstehen, aber warum sollte er das tun? Der Inquisitor ist durchgedreht. Warum? Was ist passiert? Mendoza hat sich im Tempel eingeschlossen und will den Titan befreien. Mendoza hat sich im Tempel eingeschlossen und will den Titan befreien. Ja. Eingeschlossen? Mhm. Das klingt interessant. Erzähl mir mehr. Sehr interessant. Dafür haben wir keine Zeit. Dann erzähl mir nur das Nötigste. Na gut. Also, im Tempel ist ein Feuertitan gefangen. Und Mendoza will ihn befreien, was ich eh schon gesagt habe. Im Tempel ist ein Feuertitan gefangen und Mendoza will ihn befreien. Wenn das geschieht, wird die ganze Insel untergehen. Sie wird verbrennen. Gut. Soweit kann ich dir folgen. Wie willst du das verhindern? Mit einem Feuerlöscher. Äh, ich brauche die Rüstung von Ursegor. Ich brauche die Rüstung von Ursegor. Das ist der Titanenlord, der den Titan im Tempel eingesperrt hat. Nur mit dieser Rüstung kann ich den Titan besiegen und ihn wieder einsperren. Wo ist diese Rüstung? Hier auf der Insel. Sie ist in fünf Priestergräbern der Echsen versteckt. Ich kann dich auf deiner Suche nicht unterstützen. Aber ich habe hier ein paar Schriftrollen, die dir helfen werden. Du solltest zu mir zurückkommen, wenn du die Rüstung gefunden hast. Danke. Eile, Verwandlung in eine Aschebestie. Oh, danke. Ja, ich bin auch in Eile. Ich bin auch in Eile. Ich bin auch in Eile. Ja. Wir gehen mal kurz schlafen, weil es wird schon finster. So finster wie die Nacht. Außerdem ist es Mana angebraucht. Also, ja. Schon besser. Oh, ja. Tut das gut, wenn die Sonne einem ins Gesicht scheint. Oh, so. Wir müssen, wir dürfen, zu Don Esteban. Also Banditenlager. Ins Banditenlager. Und dann tun wir auch gleich speichern. Für den Fall der Fällefalle. Ich hoffe echt, dass ich mit den Barrieren keinen Scheiß gemacht habe. Ähm, speichern. So. Na, nix laden. Speichern. Du Kerl. So, brav. La, la, lila, la, lila. La, la, lila, la, lila. Huch. Baum. Baum, 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 baum. Ich folge chillt, die Musik. Fällt nur noch so ein Zumpfkrautstängel, oder? Mh. Servus, Herr Don. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen? Ja. Hm. Du redest von dem Vulkantempel. Ganz genau. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Vision keinen Erfolg hat. Hm. Dennoch kann ich dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich, hier zu erlebigen. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dir diesen Trang hiermit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ich danke dir. Ja. Sprich mit Esteban über den Vulkantempel. Ja. Hi, Fincher. Fincher. Na. Warst du schon mal in dem untersten Gewölbe des Tempels? Warst du schon mal in dem unteren Gewölbe dieses Tempels? Wir sind noch nicht sehr tief in die unteren Gänge dieser Anlage vorgedrungen. An einer bestimmten Stelle dort drüben fanden wir so ein merkwürdiges blaues Kraftfeld. Wir haben es bisher nicht geschafft, es zu überwinden. Ist klar. Euch fehlt der entsprechende Zauberspruch. Siehst du? Da weißt du mehr als ich. Wenn du eine Möglichkeit findest, da unten reinzukommen, dann tu es. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn wir oben nicht von den Monsterhorden da unten überrannt werden, okay? Mal schauen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke wäre mal nicht schlecht. Und einmal geht noch. Dann geht es nochmal. Immer noch plus 5. Oder? Ja, 5 Lernpunkte. Dein Gold reicht nicht aus. Oh, Entschuldigung. Schwertkampf. Armbrust. Das müsste mal passen. Zurück. Äh, nochmal zurück. Und zwar, jetzt können wir auf alle Fälle unser neues Schmuckstückchen anziehen. Das da. Ohne, dass wir die Waffe verlieren tun. So. Was? Oh. Äh, wo geht es denn da jetzt rein? Ah, hier. Alle, hopp. Ja, hier soll doch was versteckt sein für uns, ne? Also ich würde mal sagen, wir tun hier speichern. Und wenn wir dann, und da wir schon mal hier sind, so muss ich sagen, gehen wir doch einfach mal da runter. Frisch, fröhlich, motiviert. Ja. Mal schauen, welche Gratler sich hier verstecken. Jetzt willst du mich, willst du mich verarschen? Die leben einfach mal so, ne? Don Esteban, die alle leben und da ist gleich ein Ghoul. Wo? Warum denn jetzt? Zwei. Es sind zwei Ghoul. Hallo. Arschkopf. Hallo. Zwei Ghoul, verstehst? Die leben einfach über zwei Ghoul. Einfach so. Alter. Jawohl. Au. Au, au, au. Du Sau. Au. Ist ja schon gut. Ey, alter, alter, alter. Ist ja gut. Jawohl. Wechseln sie. So. Und gleich mal was saufen. Jo. Passt. Dann nehmen wir das immer keine mit. So. Die gehen ja mittlerweile gar nicht mal so schlecht, ne? So. Baum, baum, baum. Ba-dam. Baum, 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 baum. Da unten ist der nächste Gratler. Die sind echt... Die leben einfach über drei Ghoul. Tja. Einfach mal so. Die greifen die Leute mal an. Die müssen ja hungrig sein ohne Ende. Scheiben sie sich einfach nicht getraut anzugreifen. Na, du Gratler. Bam. Bam, bam, bam. Schau dir das an. Nichts geht draußen. Du Sau. Jawohl. Jetzt sehen. Jetzt sehen. Da faucht er mich an, verstehst du? Überhaupt keine Manieren. Bagage steigt. Speichern. Speichern. Da. Und da. Und da. Barriere. Barriere. Die da. Barriere, öffne dich. So. Zack. Boah. Da sind sicher wieder... Es ist sicher alles voller Echsenmenschen. Kann ich mir schon vorstellen. Oder Skelette. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Hallo, die Herren. Komm. Ja, komm. Ja, wer ist ein doofes Skelett? Ja, ihr zwei. Definitiv. Oder auch nicht. Bam. Na? Alter, du Sau. Boah, der Erste ist schon mal hin. Du Geräte. Alter. Tja. Und du hast nichts zu tun, oder was? Alter. Ja, weil der schnell ist mit seinem blöden Schwert. Fast weg ist er. Gib nur her das Zeug. Gib nur her das Zeug. Gib nur her das Zeug. La, li, la. So. Gibt es hier wieder Fallen? Mit Sicherheit. Ich kann es mir schon vorstellen. Deshalb tue ich wieder speichern. Weil ich sonst wieder in eine reinlatsch und dann kaputt bin. Die schaut schon sehr verdächtig aus. Ist nur eine Tür. Ja, freilich. Sicherlich. Freilich. Aha. Wollen nicht noch 20.000 kommen, oder so? Patsch. Bist du Deppert. Jawohl. Der Erste ist schon mal hin. Ha, nichts erwischt, du Unto, der Scheißpläger. So. Bam. Bam. Jawohl. Das ging gut. Besser als erwartet. Boah. Schön aufheben des Zeugs. Da ist noch was. Noch was. Und die Fackeln natürlich. Boah. Endlich wieder Licht. Speicheln. Jawohl. Und weiter geht's. Hallo. Hallo. Okay. Erstmal niemand. Oh doch, da ist wer. Da kommst du jetzt her. Zwei sogar. Bam. Der stimmt. Oh, der Knutsch oder was? Wo Knut wir was? Da hinten ist ein untoter Krieger. Bam. Bam. Und dort ist Kackpratze. Komm her. Da hinten ist noch so eine Kackpratze. Scheide sind. Boah. Jetzt wäre gut, wenn ihr mich heilen könnt. Oh. Scheiße. Soviel dazu. Ich nehm das Wort noch in den Mund und ist schon wieder vorbei. Dreck verfliext er. Ähm. Ja. Vorher was trinken. Wer schlauer? Lade, 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 lade. Mami, lade. Äh. Trinken. So. Prost. Boah. Der hat mir jetzt einen ganz schönen Schlag versetzt, die Drecksau. Hallo. Kommen ihr beide, ne? Natürlich kommen beide. Ich steck's wieder fest. Alter. Was soll'n' das? Du Mistfink, du Schircher. Alter. Sieben. Wie? Das ist nur ein kleines Ding. Bam. Bam. Alter. Jawohl. Au. Okay. Bah. Okay. Jetzt ist er gut. Jawohl. Der hintere. Jetzt ist der untote Krieger verreckt, ne? Au. Das Skelett macht mich fertig, oder was? Scheiße. Komm her. Jawohl. Geht doch. Und wieder was runtersaufen. So, Runde damit. Passt. Alter. Alter Schalter. Baum. 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 Bam. Ah, die Fackel. Achso, die war unten. Baram. Baram. Bam. Bam. Bau. Also, jetzt ist sie ausgegangen. Mein Licht geht aus. Jetzt wird's finster. Da la. Und fortsetzen. Jetzt wär schon wieder Magie nicht schlecht. Es wär der Licht. Na, was tust du denn? Drodl. Das heißt, das war nicht der Lichtsaber. Ach, Gottchen. Wo ist er denn? Witz erzählen braucht man jetzt. Illusion. Ah, da oben ist jetzt, weil ich so viel verkauft hab. Entschuldigung. So. Lichtlein. Hallo, du Kriegerdepp. Das hier. Alter, du Sau. Bam. Zack. Baum. Bam. Jawohl. Schön pariert. Mua. Bravissimo. Boah, das hört sich aber gar nicht gut an. Da hinten ist gekrummelt. Das hört sich nach einer Aschebeste an. Ja, ich glaub, das ist eine. Das ist schlecht. Äh, weil ich keine gescheite Rüstung haben tue. Ein alter. Ja, was tun wir da rauf? Eine Büste wär nicht schlecht, oder? Na? Büste. Eine Büste. Wo ist denn? Haben wir sowas? Bekommen. Da. Und hier haben wir noch eine zweite. Na, oder? Das ist sowieso falsch, was ich da mach, oder? Muschel, Dingens, Hauer, Flügel. Na. Na, kann nicht klappen. Ist ja Blödsinn. Nehmen wir das mit. Hm, da müssen wir die zwei richtigen finden. Aber wo? Wo sind diese wieder versteckt? Das ist hier die Frage. Aha. Da oben geht's weiter. Okay. Frage hatte ich schon. Na, willst du? Skeleti, komm nachher. Boom. Alter, du Sau. Da hinten ist noch eins. Ihr Schweine, ihr zwei. So, weg mit dir. Du auch gleich. Du kleines, dreckiges Mist-Skelett. Ist ja unfair. Und noch hört sowas. Echt. Greif mit der Feig von hinten an. Überhaupt keine Manieren heutzutage mehr, die Leute. Echt. So. Dann tun wir was speichern. Äh, ja. Mhm. Ein Amulett. Steinplatte. Mhm. Eine Steinplatte. Und hier ist eine Minze. Okay. Aha. Da geht ein Düdel auf. Da könnte irgendwie ein... Ach, das Licht. Wieder eine Fackel. Die hält länger. Ist ja auch von Duracell, die Fackel. Gibt es hier irgendwo einen Schalter vielleicht? An einer Wand. Nein. Das heißt, die gehen... Ach so, ich kann es hier so. Aha. Ah. Okay. Der macht es gleich so. Der reißt gleich die Wand ein. So ist es gut. Brav. Da ist ein Schalter. Ja. Keine Ahnung, ob das so gesund ist. Kann er die Wand auch einreißen? Nö. Die da? Jo. Die geht. Ja, dann mach mal. Boing. Dsch. Schepper. Ich hab's gut gemacht. Du scheiß Skelett, du dreckig's. Da. Geh ein, ist gescheiter. Ja. Ja, geht ja. Her mit deinem Zeug. Her mit der Fackel. Und speichern wieder. So. Das schaut schon wieder nach einer Falle aus. Warte, wo ist mein Spielstand da? Weil alle beieinander haben. Okay, da ist mal keine. Da kommt nix runter von der Decke. Dann wird wohl hier hoffentlich auch nix sein. Und ich kann ganz normal den Schalter drücken. Ja, schaut gut aus. Und jetzt, he? Aha, jetzt ist der Ofen. Na ja, ob das so gesund ist, ich weiß grad nicht. So. Ja. Aha. Großartig. Ich glaub, wir haben's hinbekommen. Ja, natürlich steckt einer raus. Bist eh klar. Ich glaub, der hat ja grad ne goldene Büste. Gut, da hätten wir schon mal eine, ne? So, und wie kommen wir da jetzt wieder zurück mit... Ah, ein Hebel. Natürlich. Ist eh logisch. So, kommen wir zurück. Jetzt ist die Falle nochmal entschärft. Jo, da schaut's auch aus. La, li, la, li, la. La, li, la, li, la. So, die erste Büste haben wir schon. Jetzt ist noch die zweite. Die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite drüben. Ah, li, hopp. Da. Oh, die Mana-Pilze nehmen wir natürlich mit. Die Pilze. Das war miss. Die Asche-Pilze da hinten, ne? Das ist eben das Schlimme. Man weiß genau, was kommen tut. Aha, warte mal. Kannst du hier hoch? Da müssen wir levitieren. Das sehe ich hier schon kommen. Halt, was ist da? Eine Steinplatte, lol. Die habe ich nicht gesehen. Und das da? Das schaut auf. Sind wir von da nicht hergekommen? Warte mal. Höruck. Geht's da nicht drauf? Doch, sicher. Aha. Interessant. Von da sind wir her, glaube ich, oder? Da muss ich noch da drüben rüben. Das müsste sich ausgehen von hier aus. So, wieder speichern. Aus Sicherheitsgründen. Dann. Levitieren. Wo bist du denn? Da. Levitation. Hallo, Skeletti. Bah. Komm näher. Ja, woher weg ist er? Da ist schon wieder so finster. Das ist ein Wahnsinn. So. Da oben ist noch so ein Skelett, Heini. So, dann müssten hier noch die nächste Büste irgendwo versteckt sein. Wo da du da 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 deichselt erperst. Fast weg ist er. Sehr gut. Den haben wir immer mit. Dann kann er keinen Schaden mehr anrichten, der Kerl. Wo? Liegt hier noch was für uns? Nein, natürlich nicht. Dann würde ich sagen, können wir trotzdem nochmal speichern. Und hauen die Wand ein. Zwischen bringe ich nochmal was. Bröstelchen. Bip, 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 bip. Wah. Hallo. Weg ist er. Weg ist er. Du Kerl. Trinke ich da mal was, ne? Und dann haust du die Wand ein und dann verprögele dich einfach so ein, wie es gehört. Verstehst? Einfach so. Dieser Stein sieht ruhig aus. Ja, mach ihn kaputt. Du kannst das. Nichts. 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 Ein Schalter. Was haben wir da drüben noch? Nichts. Nichts. Okay. Dann die Fackel mitgenommen. So. Schalter öffne. Äh. Öffne dich. Ja, genau. So. Aktiviere dich. So. Okay. Wieder speicherungswürdig. Und weiter geht's. Hallo. Hallo. Schön. Das sind gleich vier Särge. Wah. Ist ja klar, dass da schon gerade raussteigt, ne? Jo. Jawohl. Weg ist er. So. Her mit deinem Grafel. Pilze nehmen wir auch gern mit. Ist da sonst irgendwas? Nö. La, 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 la. Den Pilze nehmen wir auch gern mit. Ham. Was? Hoppala. Was haben wir da? Natürlich. Ist da wieder so ein Kratler drin. Baum. 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 Jawohl. Weg ist er. Zack. Brack. Her mit der Fackel. Baum. gie. registers. Natürlich. Da ist noch einer. Ah. Bam. 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 Da. Was haben wir hier drin? Oh, mal kein Gratler, oder? Na, da wird es gleich stinken. Was haben wir denn da? Einen Kerzenleuchter. Eine Nautilusverwandelung. Ein Mana-Trank. Die Tarnen-Axt. Oh la la. Und 295 Goldmünzen. Nehmen wir gern mit. Die Tarnen-Axt. Oh, ist gut. Und da ist wieder... Ah, da ist noch was drin. Was haben wir denn da? Ein Pokal. Exische Magie-Büste. Exische. Ja, exische. Windisch. Dann 175 Goldmünzen. Ein paar Pfeile. Großer Mana-Trank. Licht, Zauber, Magie. Magischer Schutz und ein Tietrich. Jawohl, nehmen wir gern mit. Magie-Ga-Gugie-Ga. Magisch. Magisch. Ist magic. Habe ich hier eine Reise-Lust? Ich hab dich gesehen. Boah. Ich hab gewusst, dass du da bist. Weil ich dich gesehen hab. So. Gut. Wir haben die zwei Büsten. Das heißt, wir können jetzt Sesam Öffetisch spielen. Obwohl ich grad gar nicht so sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Denn wenn da hinten so eine grausliche Asche-Bestie ist, möchte ich gern nach Hause gehen. Da. Speichern. Da. Da. Und fortsetzen. Also. Die erste. Zack. Dann hab... War das jetzt auch die richtige? Ja. Hier haben wir die zweite. Hehehe. Da. Und jetzt? Doch die falsche? Oh. Natürlich die falsche. Entschuldigung. Die war's. So. Jetzt da. Ja. Alter Schwede. Haben wir noch ein Skelett? Das wir erschaffen könnten. Zur Not. Das werden wir, glaube ich, brauchen. Ja. Drei hätten wir noch. Drei hätten wir noch zur Not. Äh. Mana. 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 Mana mag man eben. Vielleicht noch was essen. Boah. Die Pilze, ne? Da haben wir schon wieder so viele Pilze. Boah. Das geht... Es ist echt übel. Aber die hat man, glaube ich, eh für den Trank gebraucht, ne? Stärkebonus. Maximales Mana. Mana, genau. Maximale Lebensenergie, die trinke ich gleich mal weg. Die ist jetzt sicher nicht so schlecht. Gut. Nein, ich bin überhaupt nicht nervös. Wie kommt's denn da drauf? Das... Es sind zwei. Ich seh's grad. Es sind zwei Aschebestien. Und tote Aschebestien. Und... Und ein Skeletz. Ja. Ähm. Das sind ja schöne Aussichten. Ich glaub, ich glaub, ich muss weinen. Hallo. 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 Der mit dem Hammer tut's schon kommen. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ja, ja. Sicher verhau mich nur. Ähm. Laden. Auf jeden Fall laden. Ähm. Ähm. Zum einen brauchen wir jetzt wieder Schwert und Schild. Gut. Ich hab's befürchtet. Ich dachte, ich wär schnell genug, dass ich ihn umschnitzeln kann. Nein. Ähm. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir nehmen unser Schild. Wir nehmen unser Schwert. Wo ist es denn? Ich nehm aber das vom... Vom Dingens da. So. Das einmal. Und nochmal. Hallo. Ein Schattenlord. Bam, bam, bam. Ich mach sehr viel Damage. Hm? Okay. Irgendwas stimmt grad nicht. Äh. Mit mir und mit Switch, glaub ich, irgendwas stimmt grad nicht. Ähm. 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 Ich bin ja gerade gestohm. Ähm. Vatimär. Vatimär. Das sagst du mir erst jetzt? Ich glaube erst jetzt, vor kurzem passiert. Es nimmt nicht alles auf. Nein, nein. Äh, vom Bild her. Was soll du machen? Stimmt, da muss er da. Ja, stimmt. Ich werde narisch. Ähm, wie stelle ich das denn jetzt am besten an? Äh, okay. Das Bild hat sich verändert. Keine Ahnung warum und wieso. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber ich glaube, ich weiß schon warum. Wartet mal ganz kurz. Ähm, Risen. Das haben wir gleich behoben. Schatzl, äh, verdrückt. Sauber verdrückt. Entschuldigung. Äh, Optionen. Da habe ich gerade eine Idee. Einstellungen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich jetzt gerade... Wo haben wir denn die Einstellung? Da war sie, glaube ich, gerade. Nein, da war sie nicht. Das müsste sie sein. Äh, übernehmen. Brauchen wir mal was aus. Äh, ja. Bestätigen. Und fortsetzen. Mal schauen, ob es jetzt besser läuft. Es dauert halt jetzt ein paar Sekündchen. Ob man dann jetzt alles sehen kann, weil... Äh, das habe ich natürlich vergessen zu machen oder zu kontrollieren oder zu schauen. Nein, ist nicht besser. Ja, ne, äh, für das habe ich jetzt gerade kein... Auf das habe ich gerade keinen Bock. Echt nicht. Ey, wie gemein. Äh, naja, ist schon ein bisschen doof, ne? Nicht tragisch ist gut gesagt. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, an was das liegt. Äh... 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 Was, ein kommentar. Du hast ihn gehört? Ja. Falsche... Wow, das kann alles verlassen. Wrong, äh... Capture, ja. Das hat... Das kann da... Falsche... Docking, also... Aufnahmestelle. Jo, äh, sollte eigentlich nicht passieren. Wie gesagt, am Dienstag hat alles super hingehauen. Ach, ist das bitter. Äh, warte mal. Wir machen jetzt eh gleich, glaube ich, ähm... Für YouTube und so mache ich jetzt eh gleich Pause. 15 Minuten. Ähm, da muss ich mir das anschauen. Das ist echt phänomenal. Phänomenal. Die Kamera will nicht, verstehst? Und, ähm... Am Dienstag lief alles super. Da war es so, wie es hier ist. Voll interessant. Voll interessant. Ärgerlich zum Teil eigentlich schon. Ähm, warte, dann kann ich bei mir hier wieder umstellen, nachdem das eh nichts bewirkt. Da klick, 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 klick. Kann ich das hier zumindest wieder umstellen. Äh, hm. Ich muss mir das dann gleich anschauen. Die 15 Minuten, die fredet man jetzt noch rüber. Äh, ich werde eh ein paar Mal sterben. Von dem her. Denke ich mal, ja. Das ist echt interessant. Unglaublich. So, probieren wir es halt nochmal. Äh, falsche, falsche Waffe. Hallo. So geht das nicht. Falsche Waffe auch noch. Äh, finster ist falsche Waffe. Hammer, das ist echt übel. So. Das ist, ja. Mir ist das, mir ist das ein Rätsel. Technisch ist das gerade momentan echt übel. Jo. Äh, mein Fokus finden. Ich denke mal, ich werde ein Skelett beschwören. Das wird hier, glaube ich, gute Dienste leisten. Also, Schnucki. So, das müsste passen. Hoffen wir mal, dass es dem, dass es dem genug ablenken kann. Damit wir hier gut Schaden machen können. Wow. Wow. Bist du böse. Wow. Au, 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 au. Ja, die sind echt böse. Wah, mein Skelett ist hin. Ja, bist du narrisch? Aha, ich verstehe schon, wo ich mich verwandeln sollte. Ich glaube, als Aschebeste ist man wahrscheinlich stärker. Das werde ich gleich probieren. Warte mal. Das probiere ich gleich mal aus. Ich verwandle mich selber jetzt mal in so ein Monstrum. Und vielleicht bin ich stark genug, dass ich die umschnetzeln kann. Einfach so. Ich habe das, habe ich das schon mal probiert so? Ich glaube. Mit Hilfe eines Skeletts, glaube ich. Ich probiere es mal aus. So, wenn ich es anfinde. Und, äh, Berserker, bla bla. Ähm, Magie, Verwandlung, Aschenbestien. So. Verwandlung! Hulk-Modus aktiviert. So. Muah. Jetzt, ne? Einfach so draufhauen. Oh, das könnte was werden. Kann er auch irgendwas... Man kann nur hüpfen, ne? Okay, das... Okay, die machen doch böse Schaden. Ich sollte mal weggehen. Ich glaube, jetzt stehe ich weg, ne? Ist das nur die Verzauberung aus? Na, bin ich gestorben. Okay. Einfach so auf Berserker-mäßig drauf loshauen geht nicht. Er macht schon Damage, aber nicht so gut noch. Damage. Ich probiere mich selber aus. So. Äh, ja. Und wenn es nicht so finster wäre, wäre es auch kein Motor. Also, nochmal. Zur Abwechslung... Äh, zur Abwechslung, genau. Zur Ablenkung werde ich das Skelett hier nehmen. So. Skelettie bleibt da bei mir. So. Und dann werde ich mich verwandeln. So. Habe ich genug Mana? Ich habe nicht mehr genug Mana. Ja, ist so klar, ne? Immer das scheiß Mana. So, runter mit dem Glump. Ähm, und Verwandlung. So. Äh. Äh. So. Und jetzt auch. Hallo. Skelett, bist du auch da? Noch nicht, ne? Boom. 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 Bam. Ja, das Skelett ist mal da. Das ist ja schon mal was. Boom. Und? Na, nun. Der hin. Jetzt ist der Skelett schon wieder hin. Das hält echt gar nichts aus, ne? Ich muss da mal raus. Und ich halte auch nichts aus. Eigentlich. Puh. Das ist gerade echt nicht so supi. Damage-mäßig auch nicht so besonders, ne? Okay. Ist er jetzt eigentlich verwundert? Das wäre nämlich gerade ganz supi. Und dann kann ich ihn ins Kreuz schlagen. Oder ist er wieder voll genesen? Das wäre natürlich schlecht. Na? Au. Schlag schneller zu. Herrschaftszeit. Alter. Na. Also mit dem Schwert ist er echt zu langsam. Aber es würde gehen. Mich wurmt gerade echt das, 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 das Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Das raubt mir auch ein bisschen der Konzentration. Ist das eine gute Ausrede? Was? An was könnte das liegen? Echt ungut. Richtig, richtig ungut. Gefällt mir gar nicht. Ich werde dem Fisch einfach mitserzählen. Dann lacht er sich kaputt und dann ist schon gut. Wenn ich zwei, drei Skelette beschwere, ist vielleicht aber auch nicht so dienlich, ne? Ich werde einfach mal, warte mal. Bevor ich das jetzt mache, werde ich jetzt einfach mal das Skelett da rausholen. Ich hoffe halt, dass es klappt. Das Skelett alleine rauspulen wäre echt ein Traum. Komm her. Ja, das schaut schon mal gut aus. Den machen wir jetzt mal fertig. Wow. Außer er macht mich fertig, ne? Jetzt ist das ein Schattenlord, nämlich, ne? Bist du Depper, die sind stark. Ist doch nadellisch. Super. Ich sauch mal was. Und es ist halt auch finster ohne Ende, ne? Hey, das gibt's ja nicht. Wieso sind denn die gleich so stark? Das ist nicht nett. Dann muss ich mich wohl mit Schwert und Schild durchschlagen. Das ist echt nicht nett. So stark sein, das ist echt gemein. Ich kann mich auch nicht viel besser schützen, ne? Ich kann's echt nur noch mal mit dem Zeug hier probieren. Und ich bin wieder mal zu früh hier. Das könnte auch sein, dass ich zuerst mal die Rüstungsteile sammeln muss. Das schaut mir eben schon eher danach aus, weil es gar so viele Gegner sind. Aber die Schalter waren, glaube ich, auch was, ne? Waren die Schalter nicht irgendwas mit Flammen erzeugen? Hihi. Tatsächlich. Wow. Ja, natürlich. Das war das letzte Lösung. Ja. Alter. Wo ist denn das Arschloch? Da geht das schick gemütlich, ne? Alter, da krieg ich überhaupt kein Damage, ne? Bademann mit seinem Dreckshammer. Der ist echt lästig. Puh. Alter. Du Spast. Wow. Lauf um Himmelswind. Lauf. Der geht immer so gemütlich, ne? Laufen ist bei dem auch so, ja... Chillen mehr. Weg damit. Schalter. Wow, 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 wow. Nochmal, 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 nochmal. Warte, du Scheißskillett. Au! Denn der ist scheiße zu schlau. Der ist zu schlau zum Abnippeln. Mich trifft nochmal der Schlag. Kann man den? Nein, kann man nicht nochmal. Natürlich nicht. Habe ich jetzt alle drei schon aktiviert, ne? Nein, der geht noch. Bringt mir aber nichts, weil der zu schlau ist. Der rennt da nicht rein. Oder? Ist er rein? Ja, ist er. Hammer des Titanenlords. Den Hammer, den Hammer. Bist du, Teppert. Ja. Der Hammer scheint wie von Geisterhand geführt zu werden. Axtkampf plus Sechse. Jawohl. Brauchst du nichts mehr lernen. Dafür sechs Knochen. Kriegen wir auch noch. Die kann ich jetzt eh gut gebrauchen. Muss eh ein paar austauschen. Von meinen. Die sind jetzt eh leicht zermadert. Da. Drecksbestien. Stimmt. Der Feuerdings war es richtig. Passt schon. Alles gut. Seine-Milch ist wieder da. Gut. Können wir den jetzt schon anziehen? Ja, normal schon. Musik aus Rüstung geht das nicht. Ach so, natürlich. Stimmt. Das muss ja komplett sein. Und dann darf man erst. Wow. Fisch. Das ist ja noch ausgegangen in dem Part. Fein. Dann haben wir quasi Esteban. Können wir ein Häkchen machen. Den haben wir jetzt erledigt. Gut. Ja. Es könnte jetzt auch sein, zwecksherumprobieren. Dass ich einfach mal eine längere Pause mache. Auch mal vielleicht den Twitch jetzt mal dann beenden. Also stoppe. Jo. Und falls es nicht besser wird. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr entscheiden, ob wir trotzdem weitermachen sollen. Oder ob wir es für heute gut lassen. Und ich das dann im Laufe der Woche versuche zu reparieren. Jo. Aber auf jeden Fall, das ist alles mega interessant. Das kann man nicht anders sagen. Hallo Fincher. Ich war unten im Tempel. Ich war unten im Tempel. Jo. Interessant. Und? Ist da noch was zu holen? Jetzt wohl eher nicht mehr. Du hast da unten wohl ordentlich abgeräumt, was? Ja. Sehr gut. Du hast das blaue Kraftfeld überwunden. Also soll der Kram, den du gefunden hast, auch dir gehören. Das ist aber nett. Danke. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Hatten wir eigentlich schon. Axtkampf ist jetzt normal nicht Not. Weil der Ding des Dingens hat eh so viel. Das können wir eventuell für später machen. Stärke. Brauchen wir dabei auch nicht. Ist gut. Können wir dabei stehen lassen. Schüsch. So. Ja, sind einfach aus dem Boden gekommen. Da hast du recht. So. Ich geh mal pennen. Ich hau mich mal aufs Ohr. Und zwar in unserem schönen Hütchen da vorne. Huch. So. Jetzt. Lalila. Lalila. Mach Seg und Schnach. Gutes Nächtle. So. Fein. Dann brauchen wir einen Schlagplan. Hier müssen wir jetzt eigentlich, glaube ich, schon fertig. Also hier sind wir fertig. Generell im Sumpf. Habe ich, habe eine Karte bekommen. Ich glaube, wir haben eine Karte bekommen, ne? Für sowas. Oder, oder, oder. Zwei Wochen, wenn es nichts mehr tust, ne? Das ist, wie wenn dein Hirn... Aus. Die vollständige Karte... Da müsst ihr doch irgendwo mit Tempel und so. Höhlen und Wehranlagen unter dem Vulkan. Osttempel. Karte des Echsengefängnisses. Mist. Okay. Das ist jetzt wieder doof. Liste, Verdächtig, Bellspur. Äh, ja. Ich hatte gehofft... Dass ich da irgendwie schlau werde. Schlau draus werde. Aber mir wummt es gerade. Ich glaube, da beim Wasserfall, da war auch noch was. Aber das wird diese Deppete Bestie. Jetzt muss ich überlegen. Naja, äh, warte mal. Ist schon Pause. Dann kann ich das gleich mitmachen. Fast vier Minuten noch. Dann kann ich noch vier Minuten überlegen. Ähm. Dass das nicht eingezeichnet war irgendwo mal. Nö. Wohl eher kaum. Na. Da musst du einfach die Tempeln bereisen und dann passt das wahrscheinlich schon. In jedem so einem Dingens Tempel wird halt... Na, Tempel nicht. Irgendwo wird das halt versteckt sein. Jetzt ist die Frage... Ob mir der Troide helfen kann. Könnte eventuell, ähm, könnte ich ja mal nachfragen, ob der jetzt schon irgendwas weiß. Warte mal, zur Ostküste nochmal. Ob der irgendwie so Hinweise hat, wo was sein könnte von dem Klumpert. Klumpert. Weil der wollte ja immer so einen Zwischenbericht dann haben, ne? Jetzt ist die Frage, ob er den Bericht erst haben... Was war da? Ein Schwert. Jetzt ist die Frage, ob er den Bericht haben will, wenn wir alles komplett haben. Oder... Nach jedem Teil. Ob er uns da vielleicht einen Tipp geben kann. Warte, da oben waren... War nix. Na. Das mit Esteban ist mir auch nur rein zufällig eingefallen. Da war auch kein Hinweis. Jetzt dachte ich, da war er wie ein Viech. Da war das ein Blatt. Ein Blatt vom Baum. Servus, Elbrich. Lieb auf dich, Acht. Ja, gut. Mehr nicht. Scheiße. Okay. Wo könnte was gewesen sein? Blau. Ich hab's echt vergessen. Das ist ein Wahnsinn. Mit mir geht's bergab. Ob die Feuermarke noch was wissen? Aber ich denke eher nicht, ne? Den Hammer haben wir ja schon. So ein Hammer. Na. Das wär die... Im schlimmsten Fall muss ich's halt nachgoogeln, damit ich weiterkomme. So. Ich glaub, jetzt wird's eh vier Minuten um sein. Noch immer nicht. Alter. Jetzt darf ausnahmsweise mal die Zeit vergehen und dann tut sie's nicht. Ich hab's echt vergessen. Wieder mal. Das ist mir schon öfter so gegangen. Was hätten wir denn noch für Quests? Schauen wir mal danach. Vielleicht kann mir das ja noch weiterhelfen. Warte mal. Ah, mit Carlos. Richtig. Mit Carlos müssen wir auch noch sprechen. Stimmt. Die Burgherren waren auch noch. Da fehlen mir auch noch welche. Carlos. Richtig, richtig. Ja, das können... Weiß was? Das können wir noch machen. Huch. Schwer verdrückt. Meine Güte. Heute ist echt... Heute ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn wird euch verschlingen. Ab in die Hafenstadt. Stimmt. Carlos. Mit Carlos noch reden. Komplett vergessen. Zwei Wochen her und alles... Boah. Gelöscht. So. Da hab ich wohl meine eigene Festplatte zu stark formatiert. Wo renn ich denn hin? Carlos ist ja da oben. Ja. Ruck. Ich habe drei Minuten später angefangen. Jetzt mach ich einfach drei Minuten drüber. Dann müsste das mit Carlos auch schon ledig sein. Erledigt. Jetzt ist die Frage, ob er oben noch lesen tut. Oder wieder. Ja. Herr von und zu Carlos. Ich hab schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Ja. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Nix. Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles. Gut. Also dann. Aber hör genau zu. Gut. Also dann. Aber hör genau zu. Ja, ja. Leg los. Also. Nachdem das goldene Tor offen war, sind wir runter in die Finsternis. Da war noch alles in Ordnung. Aber dann. Aha. So, so. Wie also weiter? Hab ich die Viecher umgebracht? So, so. Verstehe. Und ich natürlich den Hebel umgelegt. Tiefer hinab. Also musste ich levitieren. Letztendlich hab ich dann die Schädel auf die Altare gelegt und das Tor geöffnet. Wirklich? So, so. Dann ist er durchgedreht. Er meinte also. Was? Die ganze Insel wird zerstört? Ja, ja. Und ich sag zu ihm. Hey, das kannst du nicht machen. Aber, aber er schmeißt mich raus und die Tür ist zu. Hm. Danke, dass du es mir erzählt hast. Ja, das war wirklich kurz, ne? Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Obwohl du zu den Banditen des Don gehörst, hast du stets Loyalität zu deiner Sache bewiesen. Hm. Wenn du mir dein Wort gibst, zum Wohle der Insel zu handeln, werde ich dir glauben. Ich gebe dir mein Wort. Wie kannst du mir helfen? Wie kannst du mir helfen? Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Berserka mal drei. Gut. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Hast du noch was zu tun für mich? Nein, die Aufgaben und so. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ah, ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort fahren lassen. Warte hier. Danke. So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Jo. Was? Hör auf. Ach ja, stimmt. Scheiße. Jetzt sind Haufen Quests weg. Ach ja, das wollte ich noch alles vorher machen, ne? Ich bin ja so schlau. Ich bin ja so schlau. Es ist ein Wahnsinn. Aber automatisch gespeiert hätte es sogar. Warte. Ich lasse nochmal. Das muss ich noch stehen lassen. Die anderen Quests muss ich noch machen, so gut es geht. Stimmt. Da war noch was. Siehst du? Auch das habe ich vergessen. Sehr schön. Warte. Das lassen wir mal. Aber jetzt müsste es, glaube ich, von der Zeit her passen. Jo. Also, das erste Teil ist mal vorbei. Ich hoffe, es wird noch heute weitere Teile geben. Ich schaue mir das jetzt mal an, ob ich das hingeverkelt bekomme. Ja, wenn nicht, wie gesagt, lasse ich euch entscheiden, ob ihr trotz allem noch weiter twitchen möchtet mit mir zusammen oder wir lassen das kurzfristig dann, ja, sein. Okay. Also dann, ihr Lieben. Ihr, also von YouTube jetzt mal. Da verabschiede ich mich mal kurz, weil der YouTube-Part ist jetzt zu Ende. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und, also je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.